Oh, und herzlich willkommen zum achten Part von Dornzaden 2, die Verdächtung der Kocher. Und bevor wir jetzt da unten reindüllen, haben wir uns noch mal das Hetz aus, was ich da vielleicht übersehen habe. Nicht schulden? Gib es zu, du bist ein Mitglied der Tampa, nicht da, Aaron? Was? Sprich, oder dein Schwein wird dein Verdammnis sein. Ich sag jetzt euch, ich bin kein Jumper. Ah, ich will, dass er zornig wird. What the fuck? Mit meiner Worte, deine würden nicht abdrühen können, dann. Müsste aber noch einsetzen. Ein Adept. Für jeden Fall. Ah, wann wird der freundliche Ad es endlich kommen und meine Defangenschaft beenden. Ich habe nicht die Zeit zu erwarten, aber ich möchte niemanden verletzen. Was ist das? Warum habe ich meine Sühnergeben Zorn eingesetzt? Ich darf nicht die Kontrolle verhören. In der Tat, ich darf niemals bedauern. Hervorrufen. Ich fühle wie jemand Sühnerge einsetzt. Ja. Schön, dass da ist auch Sühnerge hin und da nicht irgendeine abgewanderte Form. Ich fühle wie jemand Sühnerge einsetzt. Ich fühle wie jemand. Ob wieder die Zeit hier ist. So eine Scheiße. Ist das Hornsbutt auch unter dem Gemüse oder was? Ich soll ja zusammenfrauen. Wir wissen nicht, wo sie denn da liegt, aber lieber allein. So, so schnell wird auch mal gelaubt, was dafür. Alles leer, schön, natürlich. Bevor wir aber nach Rosinia auf ein Klettern, die nennt neben Indra, den gehen wir in die Kletternkommung von Mada. Ah, da ist ja noch eine Tür. Das Amt ist ja klettern. Wir setzen erst mal unsere Waffe ein. Das Amt ist ja klettern. Stelle dich mein Angesicht über den Augen der Wahrheit. Nur dann wird sich die Tür öffnen. Wir sehen nicht wie ein Triller, also die Augen der Wahrheit. Das wird eigentlich nur sofort als Triller benutzt. Wir haben auch schon mal alles gemacht. Also, nicht viel eigentlich. Was ist denn noch? Hinten? Einen? Aber eben von dem, die in die Kette kommen, das ist ein Mada. Echt so dumm zu reden, Alter. Und dann geht es nicht weiter. Was? Die Runde fällt wieder ein... Schieben den... Äh... Schieben den Seidtanzer... Genau... Schieben den... Nach unten sieht das gut aus... Ich fände den Seidtanzer... Und hier ist auf jeden Fall... Viel zu erledigen... Aber lediglich... Diese Tür... Und diese Kiste zu holen... Den Zitter später... Seinste was wir da jetzt machen können... Er hat den Zitter... Schauen wir mal... Wissen tut denn wir das... Felix anregen... Jetzt sind jetzt... Schüttet Objekte... Zweitrolle... ... Das war's für heute. Vor allem der A10 Wenn das klappt, ne, schade 70% Ich brauche heute 3 4 5 1 4 1 2 3 3 4 1 1 2 1 Lass mal sofort die andere Spielzeuge. Ich hätte das jetzt nicht erwartet, wenn erst Ferrum die Verteidigung erhöht, dann kann man... Oh naja. Ach gut, denn da ist jetzt gerade der Gräber hier. Der Gräber, sagst du. Seid zum Fall schon Zeitpunkt nach Matur. Ich habe gerade Katastrophen, Piratenantriff und allerart sonstigen Unsinns. Mehr nicht? Sie denkt, der Älteste wird langsam etwas, naja, ALT. Ich hoffe, sie mir auf der Reise nicht zustößt. Auch, best Spruch ever. Der Älteste wird, naja, etwas ALT. Was muss ich auf jeden Fall mehr? Der Älteste wird alt. Was ist hier noch mehr, Russland? Der Ross ist auch schon mit Mar dran. Das Ross noch nicht auf dem Konkurrent hier, das kann ich euch sagen. So, wir kommen ja auf jeden Fall noch mehr hin. Das wusste ja. Wie wir jetzt sagen. Wird die Zuggüte von Hara? Ja, wir haben schon von euch Glück gehabt. Wenn der Rossinia wollte, dann seht ihr euch besser auf dem Weg an. Hara verletzt sich im Urgen von Rossinia, ihr könnt es nicht verfehlen. Dann auf nach Alhafra. So, im Norden, also irgendwo hier, so würde ich, ich meine, so schlau mäßig schätzen. Aber hier die Drillian, die da. Hier sind Hüster. Kann da aber auch hier sein. Ich weiß nicht. Zwei, die die Wüsten. Sie hätten ja schon mal dort die Wüsten. Ja, die Bänger auch schon schön genug. Und hier, das ist übrigens, kann ich euch sagen, hier ist Lemuria. Hier. Wir nehmen diese Lemuria. Schatz, die Karte, äh, die Weltkarte meine ich, drücken wir uns genau an, sobald wir das Schiff haben, sobald wir ein Schiff gefunden haben. Damit habe ich schon verraten, dass wir heute nur ein Schiff finden werden, das ist ja klar, aber... Das könnte ich, äh, das hätte ich jetzt mal wieder rausgeführt. Das geht nicht. Machen wir jetzt erstmal den Gründer und was sehen, ja? Und zwei Wüsten drauf zu sehen sind. Und zwei Wüsten drauf zu sehen sind. Ist ja alles besonder. Ähm. Ja. Von 44 auf 73. Okay, ich fahre. Ist Gott schlau mal. Dass die Raten schon... Das Traum der Land versetzt. Das ist ein Chantal, wo man kann. Wir warten auf der Fülle, der kleine Fülle hat sich sicher hier auf Glendonit laufen lassen. Wer sich Glendaport jetzt ist, 10 Minuten wird es auf meinen Ohr angezeigt, aber ich weiß nicht, wie lange die Leute groß gespielt haben, deswegen betreten wir Boden auf der Szene hier auf, die am besten erweitern. Drei, vier, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.